Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen bei meinem Kanal. Wir öffnen heute eine Schachtel von Lego Duplo mit Tiere. Auf die Rückseite sehen wir wie viele Tiere wir mit den Teilen aufbauen können. Wow, es sind echt viele. Lasst uns die Schachtel öffnen. Wir haben auch Baukarten dazu. Schaut mal. Hier sehen wir alle Tiere. Super, nicht wahr? Diese sind die Teile, die wir heute auch benutzen werden. Ich kann kaum erwarten die Tiere zu sehen. Ihr nicht? Und los geht's! Ein Dalmatiner. Wie süß er ist. Er hat schwarze Flecken drauf. Was ist denn das? Ein Elefant. Oh, wie niedlich. Eine kleine Raupe. Ein Häschen. Oh, Honey Bunny, du hüpfst immer wieder. Oh, das ist aber groß. Eine Giraffe. Natürlich. 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 Ausatmen. So. Wir haben sechs Früchte mit sechs verschiedenen Farben. Ein Traktor mit einem Anhänger, ein Kühlbox, wo wir die Früchte reinstellen und zwei Figuren, ein Junge und ein Mädchen. Hallo! Wow, wie viele Früchte sie haben. Sie schauen sehr köstlich aus. Anna und Josh werden uns deren Lieblingsfrüchte zeigen. Diese sind zwei Pflaumen. Sie sind lila und sehr köstlich. Weiter haben wir drei Bananen. Sie sind gelb und süß. Und ein Apfel. Dieser ist rot. Äpfel sind lecker und sehr gesund. Also meine Lieblingsfrüchte sind Äpfel, Bananen und Pflaumen. Hallo, ich habe eine Orange. Sie ist natürlich orange und reich an Vitamin C. Ich trinke gerne Orangensaft. Die Birne ist grün oder gelb mit rot und hat eine einzigartige Form. Letztes haben wir Heidelbeeren. Diese sind blau und schauen richtig lecker aus. Und haben auch sehr viele Vitamine. Meine Lieblingsfrüchte sind Orangen, Birnen und Heidelbeeren. Welche sind aber eure Lieblingsfrüchte? Vergiss nicht jeden Tag einen köstlichen Frucht zu essen, damit ihr immer gesund bleibt. Vielen Dank für das Ansehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, vergiss nicht mehr ein Daumen nach oben zu geben und sich an meinen Kanal zu abonnieren. Bis nächstes Mal. Tschüss.